So, Manu, geh rein. So, Maximus, kommst du? Ja. Ich sicher. Komm rein hier vorne in den Shop. Unterste Etage bleiben. Untere Etage bleiben. Ja. Ich sehe nur was. Ich sehe nichts mehr. So, ich nehme auch mal meinen Schalldämpfer ab. Jo. Das... Ab noch einen. Das bringt ja nichts mehr. Wir sind sowieso schon aufgeflogen. Ab noch einen. Haben wir. Boah, die liegen ja wie die Maden da. Ja. Pass auf, wir sind hier unter dem Spielfeuer, man. Pass auf. Ab ihn. Jawohl. Na ja, vielleicht habe ich den ja auch. Ist egal, wer wen hat. Hauptsache, man hat ihn da... Hauptsache, er ist tot. Richtig. Hauptsache, Maximus hat ihn erschossen. Hehehe. Oh, 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 oh. Pass auf, wir gehen wieder runter. So, jetzt erstmal alle aufpassen, angesagt. Die sind jetzt hier nahe uns. Hier unten ist Manu. Was für unsere Unternehmer hast du ja gesagt, ne? War schon die ganze Zeit. War schon die ganze Zeit. Ja, das bringt nichts mehr. Genau, so, wir gehen jetzt erstmal vorsichtig raus. Ich sicher, ihr geht. Wohin? Okay, wohin? Ähm, rechts, ähm, Haus. Da. Da, wo ich hinschieße. Da hinten. Ach, kommt. Hab ihn. Ich bin verwundet. Halt nicht mehr vorrücken. Halt, 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 halt. Scheiße. Werf mal Granate. Sind die alle oben auf Hügel? Halt, 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 halt. Walurin. Boah, ich bin wieder getroffen. Ich brauch nen Medic. Hier, hier. Komm mal zurück. Komm mal. Herrschaft. Ich brauch nen Medic. Hier, nicht runter sprinten. Bleib da. Du bist... Ja, du bist grad voll im Schuss. Alles wegen. Bleib da, bleib da. Warte, ich rauch uns ein. Komm, komm ein bisschen zurück. Ich hab noch einen. Komm ein bisschen zurück. Du bist noch abgeschossen. Na, du bist der wichtigste Mann jetzt hier. Komm runter, hier zurück. Ich hab grad drei gekillt. Mal. Mann, ich rauch uns einen Scheiß auf die Kills. Na komm. Echt mal, wir spielen hier kein Call of Duty oder Battlefield. Okay, bin da, bin da. Jetzt probier mich mal ein bisschen zu verarzten. Bin dabei. Danke. Oh, 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 oh. Danke sehr, danke sehr. So. Es ist glaube nicht günstig, wenn wir hier vorne lang gehen oder hier hinten, ne? Ja, hinter der Wand ist ganz cool. Du musst halt hier hinter die Wand rennen. Au, au, auf dem Berg. Jawohl, wurde getötet. So, pass auf, wir stehen jetzt. Da ist noch einer, da ist noch einer. Kommt rüber über diese kleine Betonwand mit V, während ihr steht. Wie geht das? Ab 9. Jawohl. Das ist ja noch einer. Passt auf. So, pass auf, wir laufen jetzt hier rechts. Ich bin tot. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Pass auf, hier erstmal. Halt, 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 halt. Erstmal nicht helfen. Kommt hier. Ans Haus ran. Ja. Manu. Wir rauchen jetzt erstmal hier vorne ein. Und dann ziehen wir ihn her. Ja. So, ein bisschen viel Rauch. So, alle erstmal heilen. So, wir finden dann der Rauch. Ist doch auch kein Schirm hier. Hey, guck mal Italien. Haha. Da sind zu viele. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Ja, neben hier rechts. Rechts neben hier ist ein Gegner. Ja, ich, wir gucken da schon. Scheiße. Wo sind die denn überall? Sind oben auf dem Berg noch. Ah, mir geht die Muni aus. Fuck. Ich habe noch 17 Magazine dabei. Kannst du sonst mal an den Rucksack gehen. Ich kann euch ja leider keine Ziele geben. Ich kann meine Kamera nicht drehen, oder? Betroffen. Ich bin tot. Könnt mich eigentlich ziehen. Das sind behind the back. Was ist das denn? Ich hoffe das, mich zu ziehen. Ah, äh, können wir dich dann wiederbeleben? Ja, mit First Aid geht das. Fuck, Alter. Pass auf, Eigenschutz geht vor. Ich weiß ja nicht, wie es da jetzt gerade aussieht. Ich sehe nur mich. Jaja, du wirst gerade weggeschleppt. Danke sehr. So, hier hinter das Haus einfach. Danke. Ja, ganz ruhig. Kannst du First Aid machen? Irgendeiner von euch? Ja, ich mach gerade. Okay, danke. So, dann warten wir noch kurz. So. Aber hier hinterm Haus war... Ja, hinterm Haus, äh, hinter der Wand hier. Geradeaus, wo du jetzt hinguckst. Da war irgendwas. Ja, das sind welche. Ja, die nehmen uns hier unter einem Gehfeier. Jetzt warten wir erstmal kurz, bis sich das Ganze hier beruhigt. Ja, das sind eigentlich wirkliche Spieler als Gegner. Oh, oh, oh! Ich hab noch ne Pistole. Ich hab Saalbäder. Hier liegen ja noch solche auf dem Boden. Ja, ich weiß. Ich nehm mal eine. Da ist der Nieser! Nein! Das Ding ist umgekippt. Ja, da kam mir einer. Ich hab mir erschossen. Das Ding ist umgekippt. Scheiße, wo sind die? Kommen sie nochmal? Versuch mal zu mir zu laufen. Das müsste theoretisch gesehen gehen. Ich bin in der Wand. Nee, wenn ich da langsum... Du liegst da ganz offen. Was? Warte, hab Geduld. Da hinten ist doch einer. Jawohl, hast du. Ja, ich hab ihn. Hab ich, hab ich, hab ich. Pass auf, pass auf von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Von hinten kommt einer. Bei mir bin ich in der Mauer. Den haben wir, den haben wir. Mann, aber wir müssen bis dahin sprinten. Das geht nicht, weil sie alle... Nein, ich meine, was ich so offen liege, das verwundert mich, weil bei mir ist da eine Mauer. Ja, aber hier fallen die ganzen Mauern um. Lol. Was denn? Ja, ich bin tot. Aber ich liege im Haus drin. Warte, 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 warte. Ich versuch mal, äh, zu kommen. Ja, theoretisch solltest du bis zu mir. Es sollte kein Problem sein, weil da ist eine Mauer komplett, das Haus. Ich hab da probiert, die durch die Fenster zu erschießen. Ja, ich... Ging das nicht. Ich mach gerade... Und, hat's geklappt? Jo. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Weil ich... Weil ich... Da war ich nämlich drinnen schon gewesen und das... Diese ganz viele. Oh, 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 oh. So, Manu. Vom Haus aus werden wir nicht viel machen können. Ey, die werden... Kollegen, such dir mal einen aus und dann Inventory und dann scrollst du runter, bis du seine Jacke oder seine Weste oder bis du seinen Anzug siehst. Dann machst du Doppelklick auf und dann sind da eigentlich Magazine drin. Ja, der hat die an der Scheiß-Munition. Ach, der hat hier das LMG gehabt, denn ne war den hier. Der hatte auch LMG, ne? Ne, ne, doch, hat er. Das hast du gerade genommen. Scheißegal jetzt, Alter. Ich hab noch 16 Magazine, ne? Ja, das passt doch, ist doch gut. So, jetzt erstmal gucken, wir sind hier wieder unterbeschoss. Warte, irgendwie kann ich hier heilen. Hier, den Mr. Unkaputtbar. Ja, mach mal. Ich hab noch eine schöne RPG mit. Soll ich dir mal ordentlich hier mit meiner Armour-Piercing-Scheiße so uneffektiv ist? Fahnd! Ich seh hier leider keinen mehr. Das ist das Problem. Ich auch nicht. Ah, die findet man aber. Oh, 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 ich wurde angehittet. Ja. Oder? Ich hab einen geholt da oben am Mühl. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab aber kein richtiges Visier oben, ne? Ja, kannst du von denen aber welche nehmen, wenn nicht, geb ich dir eins. Warte mal, bleib mal hier. Ich leg mal eins hier auf den Boden, ja? Ja, ich hab hier so ein komisches... Ach, passt nicht alle? Ne, komm her. Hier, siehst du das hier im Busch? Da müsste so eine Hand sein. Ja, ja. Dann mittlere Maustaste drücken. Passt das? Ja. Das ist besser? Unser Helikopter? Ja, Mann. Ne, wow. Oh, dann bist du jetzt reingeschmissen. Au, 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 au. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Ab ihn. Oder irgendein anderer Satina ist ja nicht mehr tot. Oh, ich heile mich mal. Ja, das ist so eine ausdauernde Sache. Ja, das ist wirklich ausdauernd. Aber irgendwann haben wir es. Jeden, den wir kriegen, einer weniger. Und die spawnen ja nicht hier. Ach so, die spawnen nicht mehr. Nein, nein, das ist kein unendlich spawnen. Die gibst du einmal. Aber es sind schon recht viele. Wir können jetzt weiter. Hier ist erstmal clear. Da hinten, sich löscht von Munition. Wir sind auf, äh, 220. Seht ihr mich und Manu hier, links? Ja, perfekt. Jetzt erstmal hier an den Felsen. Und das war, einer von uns. Heli? Ja, doch, das ist einer von uns. Ja. Das ist Wolfpack. Perfekt. So, jetzt erstmal hier oben gucken. Kontakte bekämpfen. Oh, meine Fresse, ey. Hier geht's ab. Haben wir einen, na... Ey, du hast ihn erschossen. Das war einer von uns. Was? Ja. Ja, das war einer von uns. Sorry. Ich hab ihn schon. Kann der, der Medic von uns, kann der den nicht wiederbeleben? Ja. Doch, ich bin dabei. Komm gerade. Eiskalt niedergeschossen. Sorry, Mann. Er sah halt überhaupt nicht so aus. Ja, ja. Mach mal das. Komm, Maximus, wir gehen rein. Du hast ja einen G-Power. Ja. Gehen wir jetzt erstmal hier... Könnt ihr euch umbleiben? Äh, ja, du kannst Overwatch geben. Von... Immer in die, ähm, Wohnhäuser auf 100, äh, 200, auf 200 gucken, ob da welche reinkommen. 200, ja. Muss hier irgendwo sein. Äh, da hinten sind ja Wohnhäuser. Wo ist hier eine? So, ein bisschen weiter. Bist du die ganze Zeit im Visier, in Scope, oder? Nein. Laufe. Machst du das in Third Person, oder? Nein, ich bin Ego-Perspektiv. Also ich, ich spiele sehr, sehr selten in Third Person. Ich spiele am liebsten in Third Person, oder? Ach, ich finde das zasch, ähm, also ich mag das nicht so, weil das ist halt unfair. Meiner Meinung nach, wenn du mit deiner Mauer stehst und da doch rübergucken kannst, das finde ich nicht so in Ordnung. Aber später halt, du gibst, äh, auf Schwierigkeitsgeräten, die höher sind als der. 3, 2, 1, Zündung. Was, ich hab euch jetzt nicht mal im Sichtfeld, ne? Soll ich hinterherkommen? Ne, ne, du kannst, wenn du willst, zu uns kommen. Boah. Na, sind hier keine Leute, ne? Jetzt. Oh, da war das. Den hast du. Den hast du wirklich, super. Ja, schon klar, wenn ich da auch zwei Sprengladungen platziere dran. Warte, ich hab leider keine mehr, schade. Ich hab jetzt irgendein Haus in die Luft gejagt oder so. War gar keinen Sinn gehabt, aber. Macht nix. Und jetzt gehen wir einfach nur hier ab und suchen hier. Genau, wir suchen jetzt hier erstmal noch ein paar überlebende Gegner, weil wir das ja reinigen müssen, die ganze Sauerei. Auf die Map guckt, haben wir es ja immer noch nicht und die sind jetzt wieder in der Hauptstadt. Also Maximus, rüber hier und weiter geht's. Alle kommen. Hey, da hinten sind noch welche. Ein ganzer Squad. Auf. 260, Jungs. Außerhalb der Stadt, wenn ihr auf der Map guckt. Ey, ich komm hier nicht rüber. Doch, ich bin... Nee, doch. Nee. Warte mal, ich muss gucken. Ey, lol. Der Tank hat das eiskalt überlebt. Der steht da noch. Ich komm mit. Ich komm mit. Aber sonst kann ich... Warte mal, ich muss mal hier außen rumlaufen. Ja, komm. Wir gehen weiter. 260 ist ja auch bei den Hügel da oben. Ah, Manu, kommst du mit runter hier? Schließt du dich uns an? Nee, da hinten. Guckt ja auf die Map. Da hinten ist ja ein ganzer Ding. Ein ganzer Ding? Noch so ein ganzer Squad. Drei Leute. Egal. Achso, ja, ich komm mit. Naja, warte, Heli fliegt schon, glaub ich, drauf. So, ich... Guck mal. Warum muss das jetzt anfangen zu regnen? Weiß ich auch nicht. Die Frame fresse. Der Tank hat das überlebt. Ich hab da zwei Sprengladungen dran platziert. Und das Denkstil gemacht haben. Oh, oh, oh. Was passiert? Ich bin da. Ich bin da. Go, go, hier. Ja, warte, ich probier den zu reparieren. Vielleicht können wir dann so... Können wir den neben dem Panzer? Ja, wenn... Ich präparier den jetzt mal. Das wär geil. Dann bräuchten wir nicht so weit laufen. Äh, dann kannst du ja deinen Job als Richtschützen vollziehen. So. Wenn wir den echt reparieren können. Achso, ich bin ja dabei. Ich bin in 20 Sekunden fertig. Ja, siehst du. Dann haben wir einen Richtschützen. Ich geh als Commander. Manu fährt. Und einen Passagier. Ach, du... Ach, nee, geht nicht. Sind nur drei. Nee, aber hinten kann man doch rein, oder? Nee, scheiße, stimmt. Das ist ein Kampfpanzer. Das ist ja kein Truppentransporter. Was soll denn das? Was interrupt? Also, ich bin jetzt kurz vor den Gegnern. Kann Field Repair machen, wenn er wollt. Wer legt hier Charges? Der Steve. Was macht denn der? Der legt hier Sprengladungen. Warum das? Weiß ich ja auch nicht. Irgend so ein Idiot. Nee, dass er uns in die Luft jagt. Ja, dann gehen wir mal lieber weg hier von der Möhre, weil das Ding hat einen ziemlich fetten Radius, diese Sprengladung. Kommt mal mit. Ganz weit weg erst mal. Jetzt macht der das Ding noch kaputt, ey, dieses dumme Schwein. Du kannst sowieso nicht einsteigen. Nee, wir brauchen ein Toolkit. Man kann zwar so reparieren, also es wird so angezeigt, aber da steht, dass du ein Toolkit brauchst. Maximus, komm mal noch ein bisschen weiter und Manu kommt... Alter. Der hat das Ding jetzt zerfetzt. In der Stadt müssen wir wieder mal rein. Alter, die ist ja riesig, die Stadt. Ah, ich bin tot. Ja, ich weiß, deswegen ja. Wenn du mal von hier so reinguckst, ne, dann siehst du schon ordentlich. Wenn du willst, hast du ein Fernglas. Ja. Dann drück das mal mit B, genau. Und jetzt rechte Maustaste, musstest du wissen. So, und jetzt stell dir mal vor, dass du in jedes dieser Gebäude rein kannst. Oh, verdammte Scheiße, ey. Geil, oder? Äh, du bist tot. Warum das? Wer ist tot? Na hier, Herrschaft. Unser Sunny. Was denn los? Ich hab heute das 3-Squad da ausgelöscht. Ach, Scheiße. So, wo jetzt lang? Wir haben das Ding hier geschafft, würde ich mal sagen. Wir haben alle getötet da drin. Den Pazzer zerstört. Wir haben es geschafft. Wow, cool. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle gebe ich erstmal... Haben es kein Wiederbelebungskid mit, oder was? Yeah! Warte mal, warte mal. Warte mal, es gibt was besseres. Drück mal die Äh-Taste, äh. Dann kannst du dich so schön hinstellen. So. Jetzt stehen zwei Affenküren bei mir, die schaffen das Problem. Alles klar. Jawohl. Ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir die Mission erfolgreich abgeschlossen. Und, ähm, mit diesen Worten bedanke ich mich erstmal. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Arma-Video. Bye, bye.